Hallo, ich bin Monika Oliveira und ich bin sehr geehrt, vor euch allen hier stehen und sprechen zu können. Meine große Freude ist es wirklich zu wissen, dass ihr genau diejenigen seid, die es vermögen, nicht im Problem zu haften, sondern immer auch lösungsorientiert zu denken, immer ins Licht blicken zu können. Wir werden jetzt ein tolles Zeit haben, in diesem Winter, in Kontakt mit dem Sonn, um zu denken, die Licht und die Lösung für alles, was in unserer Leben in der Lage ist und was wir uns beobachten können. Und ich bin mir sicher, dass wir eine hervorragende Zeit hier jetzt zusammen gestalten werden können, in diesem schönen, warmen Sommer, um eben genau das zu üben, dass wir immer wieder den Fokus da hinein ausrichten, in die Lösungen, in das Licht hineindenken zu können, um somit immer auch das Licht finden zu können. Ich wünsche euch ein tolles Zeit hier, für alle uns, und wir werden wirklich conquistar diese Möglichkeit, um alle diese Dens-Energien zu bringen und um die Licht zu bringen. Und so wünsche ich auch euch eine wunderbare Zeit hier miteinander nun, und ich bin mir sicher, dass wir eben gemeinsam diese Fähigkeit weiter und weiter entwickeln können, wirklich alles, was in irgendeiner Weise dicht sein möge, zu erheben, zu verwandeln und tatsächlich in das Licht hinein erheben und verwandeln zu können. Ich danke Ihnen und bitte Palmas für Sie. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an Euch. Herzlichen Dank und herzlichen Dank.